Ja, das Homeschooling, im Moment kennen es viele. Lockdown, man kommt nicht in die Schule und irgendwie muss der Unterricht ja laufen. Aber viele Dinge gehen dabei schief. Deswegen heute ein kleines Video, was alles passieren kann. Viele Sachen vielleicht nicht ganz so, wie ich darstelle, aber kann alles passieren. Übergang! Ja, das hast du fast richtig gemacht, Detlef. Aber du hast beim dritten Schritt, glaube ich, da hinten... Sekunde, ich mache gerade Unterricht. Äh, wo waren wir? Also beim dritten Schritt hast du... Ich sagte, ich mache Unterricht! Entschuldigt das. Ich glaube, bei mir reilen das manche in der Familie noch nicht so ganz. Was? Wo bin ich stehen geblieben? Eine Sekunde. Oh! Oh! Übergang! Also schreibt bitte mit, äh, Herr Richtbert... Sekunde. Ja! Ja, fein! Feiner Hundi! Hier! Hier! Komm! Damit ihr mal ne Pause habt! Hier! Meine... Meine kleine, äh... Dings! Wie heißt du? Wie heißt du? Wie heißt du? Mein Hund ist da! Hm? Ist sie nicht super? Ja! Aber, ne? Ich habe gerade Unterricht! Später! Später spiele ich mit dir! Gut! Wo waren wir? Ob können Haustiere beim Homeschooling ein Hindernis darstellen? Aber wir haben die Lösung für sie! Lassen sie ihr Haustier einfach einschläfern! Ich wüsste jetzt nicht, warum diese Lösung jemandem zu harsch sein sollte. Alternativ kann man auch die Tür zuschließen, aber... Wo bleibt da der Spaß? Übergang! Ja, und dann hatte ich natürlich das Problem, dass mein Keller schon voll war, ne? Und dann hatte ich natürlich keinen Platz für den ganzen Merkel-Porn, ne? Das war... Ist natürlich ein bisschen unpraktisch so an sich, weil da müssen ja noch die Sklaven rein. Und die Sklaven, die müssen ja den Merkel-Porn auch verkaufen. Und wenn dann da auch noch der Vorbestellerbonus dazukommt, dann... Christian! Dir... Dir ist klar, dass du nicht gemutet warst, oder? Warte, mein Mikrofon war noch an? Fuuuuck! Raus! Übergang! Übergang! Fuuuuck! 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 Könnt ihr mir helfen? Ich krieg grad... Ich will euch ein Arbeitsblatt schicken, aber... Ich krieg das grad nicht geteilt. Fuuuuck! 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 Fuuuck! 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 Tab schreiben oder? Übergang! Also Hans-Dieter, was hast du bei der Aufgabe 2b raus? Redest du schon? Man hört dich gar... Übergang! Also wie ihr seht, ist F von X in diesem Fall eine Ex-Potential-Funktion und... War das... War das gerade eine Klospül... Wer von euch war gerade während dem Unterricht mit dem Gerät scheißen? Übergang! Also, damit endet der Unterricht für heute auch. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Like und oder ein Abo auf dem Video da. Habt ihr noch irgendwelche Fragen? Warum wir die Unterrichtszeit 87 Minuten überzogen haben? Der Lehrer beendet den Unterricht! Der Lehrer beendet den Unterricht! Der Lehrer beendet den Unterricht!